Viele bekannte Kuhlengesichter werden auch vor Ort sein und mit euch eine unvermessliche Zeit gelegen. Während der Urlaubsreise könnt ihr tolle Sportfrisse besuchen, neue Sportarten und Workouts kennenlernen und bekommt ein ganz tolles Unterhaltungsbuch angeboten. Die Woche findet vom 16. bis zum 23. Juni statt und kann ausschließlich in Bestreisekreisen losgebucht werden. Wenn ihr also Lust habt, mich kennenzulernen und mit mir mein Trainingsprogramm Jigga zu verlieren und das Ganze noch mit einem tollen Urlaubsberichtplatz verbinden, der sollte schnell wohnen. Die Plätze sind nämlich limitiert. Weitere Infos und alle Details zu beruhigerweise findet ihr unter dem Einblenden. Ich freu mich auf euch.